16. Und er braucht keine Brille, aber ich brauche sie trotzdem. So, ein süßes Shetty-Gespan, Applaus hier, Gespanne Nummer 16, Melanie Thiel mit Vincent von Ellenbrook und Little Boy. Herzlich Willkommen. So, Parcours frei. Wie waren die beiden Namen? Vincent und Gisbert. So, Hindernissen Nummer 2, da haben wir die Schlangenlinie von der richtigen Seite angefahren. So, steht hier. Wie heißen die? Vincent und Gisbert. Die Namen sind hier nicht auf meiner Liste richtig verzeichnet. Vincent und Gisbert. Vincent und Gisbert vorne vor dem Wagen. Sie sehen auch, so kleine Shettys können hervorragend vor dem Wagen arbeiten und haben überhaupt kein Problem mit der Zuglast. Der Wagen ist von leichter Bauart und somit können die Pferde eigentlich nachher auch schön im Takt gehen. So, jetzt einfach nur die 4. Obwohl wir müssen mit Heugern mal sprechen. Wenn wir 1, 2, 1, 2, 1 haben, dann haben wir auch 4, nicht? Aber jetzt ist, guck mal, die 1 haben wir schon. So, jetzt ein bisschen mit Gefühl. Da ist zwar schon dicht dran. Einer zu wenig. Nummer 3. Knapp verfehlen. Nummer 1. Rein rechnerisch wären wir schon so weit. Aber das zählt natürlich heute nicht. Wir wollen die 4 sehen. Oh, der hätte ich jetzt aber mal geholfen. Einfach mal den Fuß ran stellen. So, jetzt haben wir die 5. Jetzt haben wir bald alle durch, ne? So, jetzt mit dem richtigen Schwung die 6. Also, ich glaube, wir haben hier auch eine Maximalzeit, Holger. Wo ist die Maximalzeit? 3 Minuten? Wenn sie 4 malen. Wenn sie das nennen, nicht mehr. Jetzt hat sie. So, sie hat. Auf geht's. Genau. So, Hindernis Nummer 7. Linke Hand und flott und erregt. So, jetzt müssen wir die Geschwindigkeit rausnehmen, Hand nach vorne und gehen lassen. Genau, wo ist das weg? Ja, ein ganz süßes Gespann. Ich finde das immer ganz fantastisch, mit welchen Pferden raus. Dass man alles auch gespannt Fahrsport betreiben kann. Unglaublich. Es gehen nicht nur Großpferde, es gehen auch die ganz Kleinen und die bieten genauso viel Fahrspaß wie die großen Pferde. So, jetzt schon hier auf der Zielgeraden und da wird aber flott gelaufen. Ui, 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 ui. Und Gespann Nummer 16. Kräftigen Applaus. Ja, genau drei Minuten für Gespann Nummer 16. Gießbett und Vincent. Vielen Dank.